oh gott ist das cool ich habe gold gefunden da wollte ich einfach so ein haus bauen heute ganz anderem plan gehabt jetzt bin ich in so einer scheiß höhle da hoch was ist da los was ist da los mit den weibern mann geh da hoch mann so bin oben das ist fett hier geil habe ich gebaut ich dachte das wäre ein creeper gewesen schön eisen abbauen bei mir ist gerade ober gefährlich tanze gerade über der lava wer drauf steht wird es immer so schön warm uah nicht nein nein die wasserströmung treibt mich jetzt in die lab wenn ich jetzt in lava reinfall oder so dann schreist du kotzig ins mikro so schuldig der monster das heißt hier bei mir geht die party ab eine kleine wie du wirst mich irgendwie runter oder so das war mal bei krank ich weiß nicht ob du die folge kennst wo ihn die spinne schubs und dann fährt er so eine safferte klippe da hier sind Pilze was willst du mit Pilze weiß ich nicht die Gäste die Gäste die Gäste wieder verloren naja ich sehe ich habe den Weg nach draußen gefunden mohohoho stich dein ernst doch echt mhm dann müssen wir noch ein bisschen aufräumen weil ich hab hier so viel Eisen ich bin gerade im Kreis gelaufen ja komm her Creeper lauf durch die Lava oh scheiße der ist klug und läuft nicht durch die Lava scheiße fuck boah ich hab's nicht drauf ey ich kann den Ausgang den Ausweg ja mach jetzt keine Faxen nein mach keine Faxen ich bin eingesperrt hinter mir ist das Lava warte ich baue hier noch ein bisschen Eisen ab ich hab so viel Eisen das gibt's gar nicht weißt du wie viel Eisen ich hab? fast zwei Stack oder? ne ein Stack scheiße das andere Ding ist Kies brauche ich doch nicht die Pflasterstelle ist das weg damit ach man ich dachte ich hätte schon zwei Stacks schaut mal schau mal da oben wo ist eine Fusion einfach den Wasserfall bis ganz hoch und dann ist man draußen ja du ertrinkst oder? nö wieso soll man da ertrinken? du musst immer bis raus gucken kurz ok hoffentlich schaff ich das schau nein es geht nein 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 ja ha ja das muss da brauchen wir echt Übung dafür ach auf der Xbox ist das viel einfacher aber so seit wann kann man Cleanstone einsammeln das wird doch immer zu Pflasterstein so ich bin jetzt wieder hier bei den ganzen nein da ist ein Skelett das schießt mich aus dem Wasserfall raus wo seid ihr verdammt ich bin jetzt oben nein draußen? ich war ganz oben ich war ganz oben kommt das Skelett daher und schießt mich runter bin hier wieder ganz unten ich bin jetzt ganz draußen ich hab voll die Technik ich hab bis hoch ja ich hab kein einziges Lufttropfen gebraucht ja das ist ja genial wo wir gelandet sind jetzt coole Sache ja Leute holt mal den kleinen Piddy noch nach Hause da ist irgendwo so ein ganz ganz fetter Wasserfall aua aua ja warte ich komm zu dir scheiße ich sauf gleich ab guck nach draußen ja guck mal hier ich seh dich nein ich sterb ich sterbe ich bin mit dem Kopf draußen und mit dem Körper im Wasserfall drinnen das funktioniert super cool wo sind wir ah ich seh uns wenn ich es noch nie gemacht habe dann sterbe ich vielleicht mhm das geht eigentlich gerade zu fies hier du musst so nach also pass auf du guckst ähm warte pass auf muss die Leertaste gedrückt halten ähm ja ja so 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 jetzt schaff's genau und jetzt guckst du machst du die ganze Zeit so und guckst du mit dem Kopf raus ja ja oh scheiße hab ich ihn wieder runtergefallen Gott das ist aber gar nicht so einfach gell nja das ist ja nö das geht eigentlich vor allem wenn ich gleich in Lava falle das hast du mich runter geschubst Mann ich muss erst mal ein Seil runter fügen äh warte fang das wär lustig das beste ist wenn du das so machst wie ich schau mal wenn du das so machst wie ich guck mal Seil fang komm nicht mal über das erste Hindernis oh nicht ins wer schieß denn du kleine Fotze warte ich muss erst mal hier warte ich muss erst mal Alter was machst du auch schon schon was ist denn das was auf dem Boden liegt weißes Zeug er trifft Seil runter warte ich glaub du mal ne Schnur dein Ernst hast du es auch geschafft? wir haben viel zu wenig nein ich bin vor dir na schau mal wie ich das mach guck mal ich guck einfach gerade aus und drück dann die Leertaste warte na ich muss es mal den Strang wiederfinden ach dann damit ok mhm da so machen bis hoch und ich bin mit dem Kopf draußen auf jeden Fall weiß ich nicht auf jeden Fall kriege ich Luft ich komm nicht mehr ja ich wenn ich da oben angelangt bin ich nehme mir mal Holz in die Hand oder irgendeinen Stein so also du musst sozusagen einfach bis gerade gucken nicht nach oben gucken nicht nach unten gucken sondern einfach bis gerade zu deinem Bildschirm weißt du mein ok ok also funktioniert zumindest am besten wie kannst du so schnell schwimmen ok wer der Genie ich bin Salam weil ich nicht im Wasser bin ich bin mit der Hälfte draußen achso was so au 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 ah hey das ist ein komisches Blatt ich glaub da kann man sich drauf stellen Pitbull hat ne viel leichtere Variante hack anmachen und rausfliegen oh verfickt wow zum Glück bin ich in Wasser gefallen ey weißt du was ich gerade gemacht habe ich habe mich nach oben gebuddelt ja hinter dir ist ein Creeper ja ja da kam mir so schön Sand in die Fresse so ich schwimme jetzt nach draußen und hoffe dass ich überlebe wenn ich jetzt ertrinke ah ne ich ertrinke nicht oh ich habe es geschafft Leute ich habe mich nach oben gebaut dann habe ich Sand abgebaut und dann ist mir jetzt mal schön Sand in die Fresse geflogen ey ja das kann gefährlichste und dann runtergefallen oh ich bin der oh Hammer oh Leute das war ein Abenteuer mit euch jetzt gehe ich erstmal Schwein reiten oder Gott war das krass was habt ihr so mitgebracht von unten 3 Diamanten den Rest habt ihr eingesammelt ja gut was war denn jetzt bei dir weil ich habe auch viel von dir eingesammelt das brauche ich nicht brauche ich nicht ich habe es sogar hier wo seid ihr Männer Mädels ich stehe auf dem Wasser da ist ein Hund das meine was machst du mit mir wenn ich deinem Hund jetzt eine Schelle gebe du musst dann rennen nicht ich weil dann hassen dich die anderen Hunde glaube ich auch scheiße ich habe meinen Semtex geboxt der hat sich gewehrt und dann sind meine ganzen Hunde auf den los ich gebe dir alles was ich habe bis auf die Diamanten ja was soll ich damit ich weiß jetzt nicht was ja doch nicht du aufnehmen das soll dann die Teenie nehmen du Lappen guckst mich an und redest ha 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 ich werfe da auch alles rein was ich nicht brauche zack du nimmst immer was auf wenn du was rein willst Knecht ja du Homo Sapien was heißt Sapiens nicht Sapien gib mir auch was hey du Lappen ich habe den Sattel darfst mich nicht hauen Gufus zeig ihm wer der Boss ist wieso steht er aber macht nichts ja weil ich der Boss bin wo ist der Sattel ich hatte den Sattel gehabt also ich hatte zwei ich wollte ah hier ist einer hier ich will auch mal so ein Schwein reiten ich habe das in meinem Leben noch nie gemacht Aua wer hat mich jetzt kauen ich nicht gut dein böse der knurrt ich gebe ihm ein Auge zum Essen hier frisst das Auge ja knurr mich nicht so blöd an Kötter hahaha du bist ja gemein au aua der haut mich böser Hund ach das war Pitbull ärgert mein Hund nicht fett sie ihn weg au 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 auf haha haha sag der Hund ist er wieder gekommen sonst gebe ihm eine Schelle oh glück kommt haha so komm ich baue jetzt mein Projekt hier weiter so wie reitet man jetzt Schweine? rechtsklick ja irgendwo drüben ne wo war das gewesen? irgendwo waren ganz viele ich glaube da drüben war das auf der Insel ganz viele freilebende Schweine da werde ich jetzt mal hinbuddeln der knurrt dauernd ja weil du ihn gehauen hast ich weiß auch nicht wann das aufhört vielleicht irgendwann ich hab den nicht gehauen klar hast du ihn gehauen nein ich tue ihn nur die ganze Zeit mit Wasser ich schubs ihn dauernd ins Meer komm lass den hahaha schau mal wie ich ihn quell das ist Sport schau ich versuch da dauernd hoch zu laufen das machst du nicht oh kacke der geht auf mich los das muss ich mir meinen Texture Pack ändern wenn der Ofen an ist sieht es scheiße aus bei mir echt? mhm so hab ich Holz das geht's nicht mehr auf den Sach bei der Hund als Knurrde jetzt hör doch mal auf dem Scheiß ich kann ihn auch loslassen gell dann beißt er dich wieder mach mal oh 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 ne das macht man Freestyle bei mir ist jetzt mal eine Klippe runtergesprungen Ich seh das Schwein gar nicht, ich seh nur dich Warte, ich will's auch mal sehen Ich seh das Schwein von hinten auch nicht Ich seh nur, dass du sitzt in der Luft Mehr seh ich auch nicht, schaut voll komisch aus Sitzt du auf nem Schaf? Ja, ne, auf nem Schwein Mir sind nur Schafe da Hier sind ganz viele Schweine und ganz viele Schafe Ah, da ist ein Schwein Schaf, Schaf Das ist ja langweilig, krieg ich den Sattel auch irgendwie wieder? Wenn du, ne, ne, ne Töte nicht das arme Schwein Ich will auch Ja Schweine reiten Lol, du bist heute total verbuggt, sag mal Ich hätt nicht gedacht, dass wir da rauskommen, ey Wir sind da so tief geschwommen Gesprungen vor allem Toll Du bist total verbuggt, du sitzt voll neben dem Schwein Echt? Mach du mal Oh, ja, du auch Wie im wilden Westen hier Ja, Cowboy Lauf, schnell wieder Wind Kackvieh Hau das an Hilfe! Hilfe! Yay! Voll im wilden Westen, Joll Nein! Jetzt hab ich's getötet Wann hört mein Hund jetzt wieder auf? Ach, hoffentlich irgendwann mal Das geht mir jetzt auf den Sack Oh, es wird dunkel Hm Ich hab ein großes Schwert Also ich hab jetzt keine Lust nach Hause zu gehen, schlafen Hast du ein Bett? Ach nee, das sind ja Schafe Ich hab kein Holz Oha Außerdem hab ich hier meinen Volzi, der mir zur Seite steht Aber nicht gegen Creeper Das schaff ich schon Oh, da hinten ist ein Creeper Böse, böse Creeper, gell? Komm her Kriegt auch ne Schelle Ich hab ihn umgebracht Du Mörder Ich hab ihn in Ich hab ihn